Mi, Fa, Su, Fa, Mi, mit. Mi, Fa, Su, Fa, Mi, Mi, Fa, Su, Fa, Mi. Solimisation ist eine Methode zur einfachen Mehrstimmigkeit. Und dadurch, dass man drei Silben verknüpft mit Handzeichen und dem Intervall zwischen den Tönen lernt, hat man eine kleine Melodie oder kleine Töne, die ganz einfach in ganz verschiedenen und vielen verschiedenen Zusammenhängen benutzt werden können zur einfachen Mehrstimmigkeit. Und dadurch, dass man zwei Chirpsen und erlucitert hat, dass man zweiцииicher hat, die Menschen mit Vertraue und 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 glaube, Untertitelung des ZDF, 2020